Hallo und herzlich willkommen! Yurik lets you always feel at least 7 Champions, regardless of the level. Gain 10 Gold. Ach du Scheiße. Okay, wir dürfen also immer mindestens 7 Champions spielen. Aber wenn wir 18, dürfen wir 8 spielen. Das heißt aber auch, dass die One-Cost-Reroids kommt. Oh mein Gott. Das ist ja crazy. Also die One-Cost-Rero-Cops sind stärker. Oh mein Gott. Das ist so, so... Gain, da kannst du die Zeit notieren. Das ist Thumbnail-Material hier, right? Right now. I don't have enough Braidsates for this Portal. I can't even count to 7. Brilliant, danke. Oh! Ja. Ne, hab ich natürlich im Kopf gehabt. Hab ich natürlich gewusst. Hab mich nicht überrascht. Das hätten wir ja hingeschissen. Okay. Dann machen wir doch hier mal so ein bisschen was wie Ordnung. Das sieht doch schon mal gar nicht so bad aus. Kannst du auf Fortune X Angle? Ne, nicht so. Es ist eher ein Heavenly Angle. Wenn wir jetzt Fein Vintage kriegen oder so, dann ist es halt völlig over. Das ist gar nicht so bad hier, glaub ich. Bin ich... Bin ich... Bin ich ready für? Ja... Boi, oh boi! Finde ich nicht so bad, ne. Ich kann hier einfach Synod spielen. Und jetzt kann ich entscheiden, ob ich entweder hier den Yasuo noch 3-starre oder nicht. Oh, you gotta be kidding me. Ja, ich hatte überlegt, ob ich hier Mana nehme, aber ich glaube, Mana wäre es nicht gewesen. Da hatte ich überlegt, ob ich Armor nehme, weil Armor wäre eigentlich ganz cool für Yasuo gewesen. Da kannst du so Quadra-Armor durchaus spielen. Aber ich will hier glaube ich gar nicht Yasuo unbedingt restylen. Sondern ich will hier, naja, ich halte mir die Option mal offen. Eine Heavenly-Unit wäre hier sehr gut. Miko ist es, ne? Miko wäre es. Die ganze Zeit habe ich hier Ionic schon slame. Dann bin ich sehr spät auf den Rabadons, ne? Ich bin ein bisschen weaker, als ich gedacht hätte. Ich finde mein Board eigentlich decent. Oh, das ist sehr gut hier. Bei mir auf jeden Fall den Spatula. Into Fated Emblem. Das ist natürlich jetzt eine Tragödie. Dass wir das nicht bekommen haben, haben wir jetzt aber zumindest Blubuff Synthra. Und jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, will ich hier so hier es restylen? Ich glaube, ich habe bei der Dug mal eine coole Kommt dazu gesehen. Das ist der Spirit. Ach, ich habe jetzt gar kein Fated Emblem. Ich bin so stupid. Kannst du das President of the World in Kabul bitte erklären? Jede zweite World macht mehr Damage. Das war es auch schon. Ja, bei Fated gibt es bestimmt Dain, die man verbinden sollte. Aber ich bin in der Tech da noch nicht dran. Deswegen kann ich es nicht genau sagen. Aber grundsätzlich fährst du einfach gut damit, erstmal immer deine Stärksten zu nehmen. Weil sie ja auch einfach an sich Boni kriegen. Ich spiele, anyway, keine Luna am Ende. Ja, Leveln ist halt so ein weirdes Ding. Du musst natürlich schon leveln, weil du dann auch bessere Units und teurere Units kriegst. Aber es gibt hier schon eine Welt, wo ich einfach nicht level. Und schaue, ob ich Yasuo oder Ari rerolle. Aber er zum Beispiel überlegt das auch. Er spielt auch Fated. Es sind einfach viele Yasuos raus. Per Default quasi. Aber keiner von uns hat jemals gelevelt bis jetzt. Weil wir alle lieber das Zins Gold zumindest erstmal nehmen. Aber ob ich jetzt hier... Ob ich hier dafür gehe... Ja, Flash-Syndra und Yasuo-Syndra, das sind auf jeden Fall so die Wege. Aber wenn er eine Syndra jetzt gar keine Items hatte, würde ich auch Ari Yasuo binden. So ist es nicht. Normalerweise hast du halt nicht so früh eine Syndra. In meinem Setup ist es halt hier so. Aber das ist natürlich nicht der Standard. Verliere ich jetzt wegen diesem Kack-Overkill von der Ari? Weil die Decay einfach nicht gekillt hat. Ich fasse es nicht. Dass ich das verliere. Tut weh. Ja. Will ich hier... Will ich hier re-rollen? Ich... Tue mich ganz schwer mit der Entscheidung. Jetzt haben wir mal Yasuo's. Eins. Vier. Oh ne. Wir werden nicht... Oh mein Gott, warte mal. Ja. Welche Vorkost hat er bekommen? Die Sin... Und... Yasuo, ich guess, ne? Okay, wir rollen hier nicht. Wir nehmen bessere Orts. Die bessere Orts. Ja, Ari gibt AP. I guess, dass das besser ist als 10% Damage. Aber das ist genau das so, ne? Da musst du dich halt mal mit der... Da musst du dich ein bisschen mit der Mathematik dahinter auseinandersetzen. Das habe ich einfach nicht getan. Was der Typ Thresh 2 hat auf Level 5, macht mich irgendwie ein bisschen betroffen. Weil ich brauche ja auch Thresh. Weil ich brauche ja auch Thresh. Ich brauche ja auch zu... Hast du irgendwelche Reduction drin oder du? Ne, ne? Das ist schon ein Arsch-Shit hier alles. Ist schon ein Arsch-Shit hier alles. Ist schon ein Arsch-Shit hier alles. Und wenn wir verlieren die Fights noch nicht so super hart. Das macht mich alles auch noch nicht so super glücklich. Wir brauchen jetzt auch noch zweimal Attack Speed. Ich spiele die Top 2. Wait, that just happened. Ich belegte die ganze Zeit, ob Hamazist vielleicht ein bisschen besser gewesen wäre. Ah, you've got to be kidding me, ja? Können ich weiter für Off-Items gehen? Sind so weak. Wir müssen jetzt Stoneblade Slam. Da kam das Gold. Wegen dem Guess, dass ich verliere, ne? Right, right. Da war was. Die Niederlagen sind auch einfach unangenehm hart, ne? Wir verlieren ja nicht so ein bisschen, wir verlieren richtig, richtig krass. Das war aber nicht ganz wichtig, dass hier... Also das zu lösen wird schon rough. Das ist anscheinend so viel schlechter, dass es hier nicht lohnt. Ne, 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 so viel schlechter ist der nicht. Aber du musst ja irgendwie an Magic Pen kommen. Und der beste Weg ist hier aus meiner Sicht kein Ionic Spark, sondern ein Static. Jetzt werden wir gleich natürlich ne Synthra kriegen, die wir da nicht brauchen. Das sind ja jetzt so viele Leute aufhated, dass Synthra 3 auch echt kein Thema ist. Hm, 35 AP mit einem 6er Loose Trick ist sogar okay. Es wäre vor allem okay, wenn man halt weiß, hey, ich werde hier noch deutlich stärker. Also zum Beispiel, wenn ich auf den Weg in eine Legendary Comp wäre. Dann wäre das kein Problem. Bin ich aber nicht. Und dann suckt das eher. Und so unter Umständen suckt das hier auch hart. Uiuiuiuiuiuiuiui. Nochmal 2 mehr mehr zu kriegen ist aber Folter. oh War ein decent Rolldown, ne? Ey, Maxine, danke für den Raids. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich bin gerade ein bisschen am schwitzen. Jetzt müssen wir doch Eionic spielen. Das ist natürlich schon richtig scheiße. Aber wir haben... Es gab hier so ein Portal. Du hast eine Komponente auswählen, kriegst drei davon. Da habe ich MR genommen. Jetzt habe ich noch zehnmal MR bekommen. Wie löst man das dann? Wenn ich das nehme... Wird Lotus aber auch stark hier, ne? Das Problem ist, Fated hilft mir erst, wenn ich links sitze, ne? New Recruit und wir gehen vielleicht auf Syntra. Drei. Ja, ich glaube, das ist der einzige Wincon hier. Wir sind eigentlich schon ziemlich fucked. Let's try it. Ja, die Unit extra hat jetzt... War jetzt hier noch nicht so der... Der Kracher. Da müsste eigentlich ein Orn kommen hier. Orn ist der Play. Oh, man könnte Double Syntra Tuster spielen hier, oder? Bin mir nicht sicher. Aber vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Also Fated 7 wäre die Sterne-Variante gewesen. Aber die nächste Fated Unit, dann hätte ich halt in Aphelios spielen müssen. Statt Amumu. Von der übel viel Tanken ist. Hab noch einen Backline-Carry mehr. Ab dem Moment, wo ich set hätte, wäre es dann stark gewesen. Aber mit einer Legendary zu rechnen auf dem Level ist natürlich dann schon sehr optimistisch. That's good. That's maybe even better. So, heute ist es auch in der Rede. Looks... Wenn ich hier Aphelios statt Kindred spiele, hätte ich Exalted, ne? Ich denke, Orn ist hier slightly besser. Einfach, weil Orn 2 ein realistisches Szenario ist. Und Uli 2 nicht. Oh my god. Ziridia mit da hinten raus. Na, tut natürlich brutal weh. Okay, okay. Wir sind raus. Karo. Ain't happening. Spatula ist auch weg. Mann, 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 Mann. Ja, ich bin's. Und da ist eigentlich, glaube ich, es ist ein. Okay. Okay. Wir sind ein. Wir sind nicht. Dann ist ein. Und ich bin's. Da ist die Ange. Gute Hits. Aber wahrscheinlich nicht gut genug, ne? Ja, Filios für Kindred, maybe für Exalted, extra Damage. War natürlich auch sehr optimistisch, hier zu denken, Syndra zu restaten zu können, wenn so viele Fated spielen. Aber ich dachte mir, ich hab sechs und ich krieg einen Duplicator. Gibt's schon eine Welt, wo das klappt, ne? On to Stargated. Dabei Dragon Claw, wir lachen den komplett aus. Müssen jetzt quasi Gold sammeln, bis einer von den Fated Spielern stirbt. So, das ist der Bard Spieler. Dann... hat er eine Syndra. Er hat keine Syndra. Okay, es gibt nur eine Syndra im ganzen Game und die liegt bei ihm. Bei Sprut. Sprut must die. Oh boy, das sieht ja mal alles super todesgefährlich aus. Okay, der nimmt die Amumu raus hier. Das ist sehr gut für uns. Oh, das ist ordentlich, bin stupid. Kann scheinbar nicht rechnen. Ähm, ist trotzdem auch mal ganz gut hier. Weil Lissandra zumindest nicht meine starken Carries ultet, sondern... Also meine Frontline Carries. Sondern, äh... Amumu. Jetzt ist der Durchbruch. Jetzt darf nur Hawaii uns nicht instacillen, bitte. But he doesn't. Actually, sind wir... ...strong. Sprut verloren, also Sprut. Oh, das ist verklickt. Die Sandra ist safe ein bisschen besser. Ist trotzdem Porzellan, ist trotzdem Arcanist. Da verschiebt sich nicht viel. Einer hatte noch zwei. Okay, dann müssen wir nochmal zählen. Oh no, we are lost. Oh, der klont gerade welche. Ja gut, das ist natürlich dann einfach over. Das heißt, wir haben leider keine Windcon. Ist ein bisschen ärgerlich, aber das passiert halt schon mal. We have nothing. Und das wird auch so bleiben. Yes, it is what it is. Ja, das heißt, wir haben keine Windcon. Und müssen jetzt für Ilaoi 2 rollen, weil das der einzige Pausebike ist, den wir noch haben. Und hoffen hier... ...bestcase Förder zu werden. Wäre schon ein bisschen lucky. Aber warum sollen auch immer nur andere Glück haben? Gleich reicht das Board auch einfach. Zwei Syndra's. Er wird auch noch viel Damage kriegen, ne? Ja, wir müssen trotzdem jetzt rein. Das war der letzte Pausebike, den wir noch vor uns hatten. Abseits von Z. Ich habe hier übrigens über Hand of Justice auf Suntra nachgedacht. Und bereue es ein bisschen, das nicht getan zu haben. Aber der Backline-Damage echt stupid high ist von denen. Kann ich leider gar nichts gegen machen, ne? Er hat immer noch nicht so ein Golden Egg. Oh no. Ich bin einfach losing gegen jeden, oder? Ja. Ja, ich bin losing gegen jeden. Ich kann es aber auch nicht ändern. Es ist einfach... Die Boards sind zu krass. Mit ein bisschen Glück. Wenn wir hier trotzdem irgendwie jetzt Fünfter, weil einer von den anderen beiden sicher gegenseitig rauskicken. Wait. Oh my God. Okay, wir sind Fünfter. Aber wir haben ihm, glaube ich, sein Golden Egg gerade dadurch gegeben. Das ist natürlich schon... Nicht so wahnsinnig cooles. Aber it is what it is. Krass. Ja, wenn wir das gewonnen hätten, ne? Aber wir hätten ihm niemals 18 Damage gemacht. Oh, der muss immer noch eine Runde überleben. Naja, unlucky he. He dead. Okay. Okay. Ja, gegen den habe ich vielleicht sogar eine Chance, ne? Gegen den anderen halt gar nicht. Ja, gegen den wirklich gar nicht, gar nicht. Also... Like... Not at all. Shen 3, Artox 3, Senna 3. Das ist schon Power, die ist stupid high. Aber fairerweise mit Heilung auf Synthra? Also mit einem Gunblade wäre das vielleicht sogar Wunerville gewesen. Aber es ist ein Fünfter, ist okay, ne? Gehen wir mit. Ja. Ja, wir hätten nichts heute. Spiegel mit auch viel Lust über Kindred. Hätte mir aber auch Triad verloren. Hätte ich mir aber im Teamplan auf jeden Fall markieren können. Ist schon krass, ey. Aber es ist ein geiles Portal. Nehme ich deswegen gerne mit. Nehme als Dirty Banger, ne? Hoffe euch, dir hat es gefallen.